ja meine lieben herzlich willkommen in 7 days to die alpha 15 experimental da sind wir nämlich und herzlich willkommen bei abonnenten ganz besonders willkommen natürlich meine abonnenten so jetzt gibt es so zwei drei sachen diesmal einmal vorausschicken muss zunächst mal ihr seht ich habe wieder das c statt das fahrenheit der celsius wieder unten links danke cpl dank ihm weiß ich nämlich dass die konsolentaste jetzt f2 ist und nicht mehr das ö trotzdem wäre ich natürlich den fanpips dankbar die würden auch die rechte schrifttaste wieder belegbar machen da hatte ich nämlich immer mein mal kurz drucken drauf doch mein lang drucken ist auf 1 geht im zweifel also auch was wollte ich denn jetzt irgendwie was essen ja holz 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 das brauche ich und ich glaube ich brauche noch spikes 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 das zweite die habe ich doch da habe ich die doch in den favoriten drin und finde sie nicht muss man die jetzt einzeln herstellen wie viel könnte ich denn 200 machen wir mal 200 so ähm jetzt habe ich gar einen campfire und dieses kämpfer ach so hier habe ich noch mal außen vor oh was war das jetzt hier ähm dann da habe ich schon wieder dicht gemacht ne jo da fühlt sich an sich eine leiter noch unten okay das kann so bleiben ich muss jetzt mal gucken weil ich habe jetzt privat auch noch mal angefangen so ein spiel zu machen und ich bin auf dem gleichen haus habe ich jetzt aber gerade erst angefangen so was würde ich noch sagen ach so ich muss jetzt hier ich habe mein mischpunkt genau aber mit spulten playback regler mit dem ich meine lautstärke also die die lautstärke die vom computer kommt regulieren kann so dass es eben passt und ich entsprechend laut oder leiser spreche damit ich optimalen lautstärker und jetzt muss ja mal gucken ob ich habe den beim putzen ein wenig verrückt und ich hatte mein foto nicht mehr wo das drauf ist wie das das ganze aussieht genau ein paar spikes wollte ich noch machen für hier rum und das wird noch ein langer weg da brauche ich doch bestimmt wie weit bin ich hier so insgesamt die habe ich mir schon verbaut ich glaube 200 stück oder 150 da werde ich mit sicherheit hier ist es schon ganz schön weit da ist aber nur eine reine ne bis da vorne scheinen zwei rein zu sein ja cool sehr schön ist auch die frage ob mich die 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 zom ist da oben ach guck da steht es tatsächlich ist mir nämlich auch gesagt man da steht doch groß und dick dran hotel ja wenn man sich aber jetzt mal die die räume drin ausschaut ein hotel was auch eine eigene küche und alles in jedem zimmer hat finde ich gut da könnte man auch mal reingucken oder habe ich da schon reingeguckt gott bin ich durcheinander ich habe nicht die geringste ahnung aber moment da musste ich mal ganz kurz husten und das nächsten möchte ich auch ganz gern nutzen und ich habe ja wir haben ja neue bauelemente und das und da möchte ich mal was versuchen so hinhaut wie ich mir das vorstelle ob das dann auch sicherheitstechnisch relevant werden könnte muss ich noch mal nachschauen das weiß ich noch gar nicht so das kann mir zum beispiel laut auf die ohren vor warum und ich brauche wieder aber irgendwo eine wüste da haben wir schnee da hinten weil da irgendwas hell ist noch muss ich auch mal reingucken dass wir die birken noch nicht anpflanzen können das finde ich schade die fehlen tatsächlich noch da würde ich nämlich gerne mehr von haben und hier haben sie jetzt mit der alpha 83 wieder so ein bisschen das problem dass man zu genau ziehen muss wie ich finde also mit der 15 b 83 so ist richtig dass man dazu genau ziehen muss das hatten sie bei der b 76 glaube ich war das die vorgänger version muss jetzt nachgucken hatten sie besser da brauchte man nicht ganz so genau ziehen warum dazu ist weiß ich nicht vielleicht haben sie gesagt okay auch die reichweite ist ja scheinbar ein wenig reduziert und vielleicht haben sie sich auch einfach gesagt naja dann können sie die frames nicht mehr versehentlich wegnehmen du kommst mir doch wie geh willst du das wohl lassen du blöder ich habe gerade gezielt das ist ja schon weit vor gezielt damit ich gegen treffe was ist denn das das der murky warum habe ich den murky water in der tasche okay nehmen wir dann noch mit und die birken müsste stehen lassen und können wir da hinsetzen sieht ja auch schön aus ich glaube von den bären aber auch erstmal genug ja und wie gesagt also ich möchte ganz gerne mal was ausprobieren deswegen ich schütze jetzt halt einmal rundherum mit des bikes und hoffe mal dass das einfach mal ausreichend ist und dann fange ich nämlich direkt an wir haben ja noch immer tag fünf ich glaube ich höre gleich mal auf holz zu sammeln das könnte gerade praktisch klug sein habe ich ja total vergessen komm den will ich aber noch mitnehmen sonst bin ich wieder am laufen wenn die hunde kommen dann ist aber wieder naja noch sehe ich keine ich höre aber noch keine so weit so gut eigentlich wollte ich auch noch eisen aber ganz ehrlich ja ich klug ein mal gleich spitzung also nicht gleich so irgendwie wenn du gewachsen bist Dann fällt der sowieso um Den nehme ich jetzt noch mit Und dann mache ich mich aber mal ganz schnell in die Hütte Ist ja auch schon spät Und ich habe total vergessen Ähm Jetzt gehen wir eher in die Nacht schon da rein Das ist jetzt noch nicht wirklich das klügste Hm Von wegen Tag 5 Aber zumindest könnte es sein Dass ich dann jetzt schon mal eine Vorstellung kriege Ob ähm Ob uns die Horde da oben überhaupt registriert Das wäre ja tatsächlich mal interessant zu wissen Ich meine gut das wäre ja dann jetzt Ähm Jetzt nicht so So ist gut Es wäre dann quasi auch so ein bisschen langweilig Wenn wir die Horde vorbeiziehen lassen Auf der anderen Seite Können wir uns dann tatsächlich eben Darauf konzentrieren Uns für die Großen dicken Horden Klar zu machen Tu nicht so Na geht doch Oh da ist aber ganz schlecht So höre ich ja nichts Ach und den wollte ich auch noch dahin machen Ach du Heiliger Da sind ja dann 3 rein Stimmt Oh Stimmt Da war ja die Kreischerin Hier war ja die Kreischerin am Werk Ja viel scheint diese Dinger tatsächlich jetzt nicht mehr Unbedingt auszuhalten So bis dahin Habe ich Ja bis dahin habe ich das alles schon Bis dahin auch Bis dahin auch Und äh Hier noch nicht Schön wenn man weiß was man alles schon getan oder noch nicht getan hat Sonst äh Auch doof Obwohl Na guck mach mal so Zum Thema Dusselig und doof Naja das Kennt ihr ja bei mir Das ist ja Normalzustand Ist aber auch nicht schön Dafür halte ich Äh behalte ich dann beim Bauen Fast immer die Übersicht Ich sag jetzt nicht dass das daran liegt Dass ich sowieso nie einen Plan habe Weil äh Das wäre ja unprofessionell Und äh Ich bin natürlich Alles andere als unprofessionell Also von daher Muss ich das einfach mal jetzt da So gesagt haben So machen wir den halt auch noch Und den auch noch Bitteschön Passt schon irgendwie Er geht schon irgendwie noch Ich war sowieso nicht so wirklich Die reichen doch schon wieder nicht Ist jetzt insofern natürlich schade Dass sie die jetzt Äh Ein bisschen genervt haben Muss ich jetzt aufpassen Ich darf nicht mehr genervt sagen Ähm Weil äh Klar Dadurch dass man sie übereinander stellen kann Könnte man sich natürlich jetzt Richtig Platz aussparen Wenn man Gerade am Anfang Mit den Kleinen halt arbeitet Und äh Wenn ich das richtig gesehen habe In dem Video von Metmore glaube ich war das Dann sind die wohl auch Jetzt Äh Verlangsamt Für die Zombies Was ja Dann wiederum zum Vorteil ist Auch wenn sie nicht mehr so viel aushalten Aber das wird man mit Sicherheit Auch wieder lustig verbinden können Mit anderen Geschichten Muss man da mal gucken Muss man da mal gucken Wie gesagt Ich hab da ja Schon mal so eine ganz kleine Schizekleine Planung im Kopf So Ne Ne Jetzt wird nicht gemeckert Das kannst du Gleich machen Jetzt haben wir andere Sorgen Ähm So Sollte passen Ich bin schon mal froh Dass noch kein Hund auftaucht Mach halt so Und äh So Und so Passt schon Oh Out of Äh Alles Ach Gott ist das noch viel Na gut dass ich Holz gesammelt hab Ach ne so viel ist Drei Drei Reihen haben wir schon Das ist ja gut Oh Das ist ja doof Das geht äh Gar nicht Schön wegbleiben Noch nicht da sein Da fehlt ja dann aber auch noch einer Jawohl Den machen wir noch Gib her Dankeschön Und jetzt geh ich nach oben Tatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatat wieder, so wie ich das aus der Neun erkenne. Ja, weil das auch so schön rot. Das finde ich gut. So, das wollte ich jetzt machen. Wir können ja hier unten auch noch ein bisschen rumgucken. 35 Grad. Why? Ähm. Das sollte eigentlich alles kühlen. Ahnung, Feuer, Brenndauer, Brenndauer. Die Hunde sind da. Ne, die Zombies. Alter, reißt der hier kaputt. Oder hört sich das jetzt nur so ein? Wie, ich treffe den nicht. Doch, ich treffe ihn. Also, sie jagen mich auf jeden Fall, wenn ich sie angeschossen habe. Ne, warum sind der jetzt plötzlich... Zwei, drei, vier? Entschuldigung. Die machen wohl Witze. Ach, das ist eine Wanderhorde. Kann das sein? Jetzt dürfen wir da morgen erstmal wieder ein Bein machen. War ich nicht so schlimm? Da muss ich ja sowieso noch weitermachen. Dass die halt da hergekommen sind... Das ist jetzt natürlich auch ein bisschen doof. Wenn die immer so... Gut, solange ich es hier nicht anschieße, bin ich vor den normalen Zombies schon mal sicher. Dass die mich halt nicht bemerken. Was ja so schlecht auch nicht ist. Also, man ist ja keine Wanderhorde mit gerade mal vier Zombies. Okay. So, luken können wir natürlich noch ein bisschen, habe ich gesagt. Und ich muss noch mal einen Moment. Da ist er wieder. Ich muss aber auch noch... Ah. Ne, dann mache ich jetzt erstmal noch ein bisschen... Ich mache mal einfach nochmal 200. Dann habe ich auf jeden Fall genug. So, und mein Kram habe ich jetzt... Da sollte ich vielleicht nicht rüberstiefeln. So, was habe ich denn jetzt hier drin? Viel zu wenig Iron. Definitiv. Dann kann man... Junge, Junge, Junge. Da kriege ich nicht wirklich viel von. Ich glaube, da ist schon wieder einer. Das soll er doch einfach mal lassen. Ähm. Was bitteschön. Die Cowboy-Stiefel. Ist mal ganz ehrlich. Also, hier wollte ich eigentlich gucken. Schläge, Haltbarkeit, Wayspaß, Strahlung, Feuer. Der hat gar nichts mehr. Weder kühlende noch wärmende Wirkung. Und hier steht auch nichts von kühlender Wirkung. Kläge, Stiche, Strahlung, Feuer, Wanderer. Dieses kleine Ding hat 12% Feuerschutz. Okay. Ja, könnte mir jetzt mal einer sagen, wo jetzt hier steht. Was mit der Wärme ist. Bietet etwas Schutz vor Schaden. Ja, okay. Aber hier steht ja... Kläge, Stiche, Strahlung, Feuer. Wärmedämmung, da steht's. Plus 1 Grad. Hier steht gar nichts mehr. Also hier, das hat keine kühle Wirkung mehr. Das Ding, das schützt nur noch. Also, was wofür wird. Und der Iron Chest hat auch keine kühle Wirkung mehr. Zumindest seh ich das jetzt. Und das ist ja ganz doof. Auch doof ist, dass die Zombies mir da unten jetzt alles kaputt machen. Sobald ich's aufgebaut habe. Finde ich nicht schön. Die sollen anders machen. Gott, hab ich jetzt so viel Kram drin. Ach, hier ist auch mein ganzes Essen und das alles drin. Das ist ja irgendwie auch jetzt... Die Lütze nicht. Die Flackeln hab ich denn genug. Zwei Sohne Brüllen brauch ich schon mal gar nicht. Müsste ich auch da drin haben. Müsste ich auch da drin haben. Und rohes Fleisch nicht, weil... Ich das gebraten habe. Machen wir doch mal. Und das kann dann auch gleich mit. Dann haben wir das auch wieder los. So. Warum hab ich das jetzt? Braue ich nicht. Kann das dafür rein. Und die Schuhe tun wir jetzt da mit drin. Also wenn ich jetzt eins nicht brauche, dann ist das sicherlich wärmer. Hab ich genug von. Da muss man jetzt immer weit von weg gehen. Geht noch. Alles gut. So, dann wollte ich... Davon haben wir auch viel zu wenig. Wollte man da nämlich eigentlich so einen Unterschlupf machen. Hier. Hab ich mir so gedacht. Tada. Hm. Was mach ich damit. Was mach ich damit. Ich bin jetzt schon mal ganz zufrieden, dass wir gleich den langweiligen Teil mal überspringen können. Das mit den Tönen. Da müssen sie auch noch ein bisschen nacharbeiten. Das ist noch nicht so richtig, richtig. Oh. Arme Hase. Ich könnte eigentlich noch ein paar Gläser machen. Aber brauche ich eigentlich gar nicht. Ähm. Die kann ich gleich erstmal verwenden. Und dann kann ich das nämlich einfach mal so machen. Und schon passt das wieder. So. Rezepte. Und. Fertigen. Schön. Knochen. Hab ich die nicht auch da drin? Hab ich. Drin. Wie sieht's denn aus? Das sieht gut aus. Den sollte ich mir mal ruhig aufbewahren. Jetzt. Hab ich das schon angepflanzt? Ja, ne? Ne. Hab ich noch nicht. Was müsste ich eigentlich? Ne. Oh. Oh. Ich muss noch Goldnrotz sammeln. Ich sehe hier jetzt keine. Warum habe ich hier keine Goldnrotz haben? So was dodeleges. Jo. Das habe ich übrigens im privaten Spiel gemerkt. Das Geld könnt ihr nicht verwenden. Sondern das müsst ihr verkaufen. Dafür kriegt ihr dann diese. Und mit denen könnt ihr bezahlen. Ist auch lustig. Ähm. Das sieht ja schon mal ganz gut aus. Da kann ich mir noch ein paar schmieden von morgen. Warum habe ich denn... Das ist doof. Okay. Das kann ich morgen mal machen. Dann kann ich den anpflanzen. Und... Den. Wenn auch nicht nötig. So. Und dann packe ich mir das aber dorthin. Das kann ich jetzt mal... Zerlegen. Die stärkere behalten. Da haben wir hier auch schon wieder zwei frei. So. Habe ich jetzt hier noch irgendwas drinnen, was ich da reinpacken kann? Jo. Ach Quark. Warum? Dass das da drinnen mal gut ist. Oh. Biss aus. Ach. Habe ich ja ausgemacht. So. Was wollte ich hier jetzt? War nix. Weil der braucht noch. Alles klar. Meine Lieben. Wenn es euch gefallen hat. Lasst mir gerne einen Daumen hoch da. Ähm. Schön, dass ihr dabei gewesen seid. Und wenn ihr mögt, teilt das Ganze auf euren Social Media auch noch. Und dann hoffe ich, dass wir uns in der nächsten Folge morgen wiedersehen. Wie lange ich jetzt hier tägliche Folgen mache, machen kann, weiß ich noch nicht. Gedacht war es jetzt so, dass ich die Experimente durchgehend das mache. Weil ich denke auch mal, da wird sich jetzt in kürzeren Zeitabständen noch so einiges verändern bis zur Veröffentlichung. Müssen wir mal schauen. Also, bis dahin. Bye, bye.